Herzlich willkommen bei Tevino. Heute ist ein Glückstag für mich, weil ich habe zwei ganz tolle neue Weine für Tevino und heute habe ich die Weine hier und auch den Winzer. Gernot Kollmann, ich freue mich, dass du da bist. Wir sind hier im Rheingau von dem Holzfass. Du bist aber nicht aus dem Rheingau, sondern von dem Mosel. Genau, Winzer an der Mosel, Weingut nämlich Batteriewerk in Enkirch. Enkirch liegt ungefähr so auf der Hälfte zwischen Trier und Koblenz und ja, also mittelste Mittelmuse könnte man sagen. Gebiet mit extremsten Steillagen und natürlich reinen Schieferlagen und wir produzieren fast ausschließlich Riesling natürlich. Okay, also es ist ein neues Weingut oder eigentlich ist es kein neues Weingut, es ist nur gerade in aller Munde. Wir machen mal den Sekt auf, vielleicht. Erzähl mal was für mich Batterieberg. Das ist ein komischer Name. Ja, genau. Also es ist eigentlich ein ganz, ganz altes Weingut. Die ältesten Bereiche im Weingut sind so von Ende des 9. Jahrhunderts, waren Karolingergut ursprünglich und dieser etwas merkwürdige Name hat uns eigentlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts erreicht, dadurch, dass Herr Karl August Immich dann mit so Sprengbatterien eigentlich Felsen weggesprengt hat im jetzt Batterieberg. Das ist eine unserer Toplagen und um diesen Weinberg dann Urbau zu machen und das war eigentlich, ja, das ist eigentlich die Story für diesen Namen. Deswegen Immich und Batterieberg. Genau. Und du bist seit 2009 an Bord? Genau. Und hast das Weingut wieder aufgebaut? Genau. Das war Weingut war, das hat es natürlich immer gegeben, war halt einfach ein bisschen dann im Dornröschenschlaf versunken, einige Jahre. Und genau, und wir machen das jetzt seit 2009 und schieben das wieder an jetzt. Genau. Sehr schön. So, ja, zum Wohl. Zum Wohl. Also diese Zeichen hier auf der Flasche ist auch dieses Sprengen, also es hat alles mit dem Namen zu tun, ja? Warum denn der Engel? Ja, es ist im Grunde so, dass es gibt ja dieses alte Jugendstil-Etikett, das so von 1916 rum und im Grunde sind diese Icons extrahiert aus diesem Jugendstil-Etikett und dieser Jugendstil-Künstler, kann man ja schon sehen, war ein sehr humorvoller Mensch, der hat sich dieses Thema dieser Felssprengung hat ja natürlich sehr nett umgesetzt mit diesen Weinkanonen und so kommt im Grunde diese Kanone, dieser Engel und das ist hier, steht für CAI, für Karl August Immich, das war derjenige, der halt da rumgebombt hat sozusagen. Alles klar. Wir trinken jetzt einen Sekt, 2008 zu fixe. Also sehr straight, fester Sekt, eher so ein bisschen Riesling-Sekt, genau, extrabrit und ist, genau, tendenziell eher so ein bisschen im oxidativeren Bereich liegend, also nicht so dieser super frisch-fruchtige deutsche Sektstil. Das riecht man schon, das ist, tschüss, auch an der Farbe, sehr, sehr golden, das ist ganz toll, das ist eher so ein weiniger Stil, das ist jetzt nicht so ein Sprickel, Sparkling, frischer Schaumwein, sondern wirklich ein, ja, ein toller Wein, ein sehr, sehr, es ist ganz fein, es ist sehr, ja, auch intensiv vom Geschmack, also fein in der Textur, weil die Perlage natürlich da ist, aber sehr, sehr angenehm und ich finde diese Frucht wahnsinn, also sie haben halt diese reife Quitte und diese roten Äpfel, ganz toll, wirklich schön. Ist halt auch was, was einfach ein Menü wirklich begleiten kann, also es ist jetzt nicht nur, was man so als Aperitif mal wegschlabbert, obwohl mir schon immer so richtig fette, fette, so Giladot aus dann oder so, das fällt mir immer als erstes ein, da habe ich jetzt zum Beispiel auch schon wieder Lust drauf. Vielleicht finden wir hier welche in Geisenheim. In Geisenheim wird es eng, da wird es ganz eng. Warum Joe Fixe? Genau, Joe Fixe einfach deshalb, also das ist, glaube ich, ein bisschen lustige Idee gewesen. Die Idee ist natürlich, dass man das jeden Tag um elf, kann man so eine Flasche trinken. Zum täglichen Joe Fixe mal seine Flasche. Für den gesunden Freiberufler, der sich dann nochmal wieder anregen möchte oder so. Sehr gut, ganz, ganz toll, ganz toll. Ich weiß, wir haben den jetzt im 25 House Hotel zum Beispiel und der kommt sehr, sehr gut an. Ich finde, es ist einfach ein sehr schöner Sekt, also es ist sehr untypisch auch. Sollte man probiert haben, auf jeden Fall. Dann haben wir ein Wein, C.A.I. Wofür, okay, Karl August Immich. Steht für Karl August Immich, ist so ein bisschen eben eine Hommage an den Herren, der eben diese Sprengungen da im Batterieberg vorgenommen hat und damit namensgebend für das Weingut war. Genau, und das ist quasi so ein bisschen unser Riesling-Kabinett. Ist in Elf, ganz trocken und das ist quasi unsere Einstiegsdroge, könnte man sagen. Aber Einstiegsdroge mit sehr viel Anspruch, also reines Stalzlagenmaterial. Steillagen wie Stein? Gut, also ich würde sagen, fängt so bei 35 Prozent Steigung an. Es sind wirklich reine Schieferstahlslagen und das macht auch einen Riesenunterschied, weil man einfach die Komplexität des Bodens doch hat und die Weine werden eben trotz Dichte einfach nie fett und haben immer Spiel und genau das ist eigentlich auch das, was ich ein bisschen suche. Das ist ja i, der Einstiegswein. Das ist aber auch, also für den Einstiegswein, finde ich, hat der ganz schön Wumms an der Nase. Der riecht sehr, sehr intensiv. Ich finde, das ist so, hat so ein bisschen ein exotisches Spiel. Pfirsich, kommt ein bisschen durch, Maracuja, finde ich jetzt. Ja, und dann ganz viel Mineralik auch. Es ist, ich meine, so super fruchtorientiert arbeiten wir ja nicht mal. Das ist also alles spontan vergordene Weine. Also es ist einfach so, dass wir natürlich auch über die alten Reben, die wirklich auch schon im Einstiegswein hier ihren Platz haben, natürlich auch immer Dichte haben. Was heißt alte Reben? Wie alt? Ja, also auch hier sind ganz, ganz viele 50, 60-jährige Reben drin. Und dann merkt man auch, trotz dass der ja im Alkohol gar nicht so hoch ist, merkt man ja ganz viel Druck hinten. Und das ist auch was, was mich wirklich interessiert. Wir haben ja 11 Volumenprozent, aber wirklich richtig Stoff. Ja, richtig Power auf jeden Fall. Und man schmeckt die Mineralik sehr, auf jeden Fall. Das ist so dieses wirklich klare, diese klare Frische am Gaumen. Genau. Sehr, sehr schön. Also Hut ab für den Einstiegswein und für den Sekt. Super, ich freue mich. Vielen, vielen Dank, Gernot. Okay. Danke. So. Tschüss. 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 Vielen Dank.